Das aktuelle Wetter in Kurzform heute am 15. April 2024. Es ist 8 Uhr und 45 Minuten. Wir haben 22 Grad, leichten Wind. Aber im Moment keine Wolke am Himmel zu sehen. Also eigentlich wieder ganz normales Wetter, auch von den Temperaturen. Es soll heute etwas kühler sein oder werden wie gestern. Höchstwerte sollen heute um die 26 Grad sein. Tiefstwerte 17 Grad heute Nacht. Um 7.36 Uhr war der Sonnenaufgang. Um 20.27 Uhr ist der Sonnenuntergang zu den Gezeiten am Strand von Maspalomas. Um 7.07 Uhr hatten wir Hochwasser. Wir haben jetzt ablaufendes Wasser bis 13.07 Uhr. Und um 19.33 Uhr ist dann das nächste Hochwasser. Wassertemperatur 20 Grad an der Küste hier von Maspalomas. Ja und ihr seht es hier selber. Schöner Sonnenschein heute Morgen. Und auch wieder klaren Blick hier Richtung Algenegin. Die Luftfeuchtigkeit hat zugenommen. Heute Morgen waren die ganzen Gartenmöbel alle ein bisschen feucht und ein bisschen klamm. So und das ausführliche Wetter, ja das könnt ihr gleich anschließend sehen. Mit ein bisschen Wetter unterwegs heute.